Hallo zum Short Review Review. Diesmal möchte ich euch diese Battlebeasts aus meiner Sammlung vorstellen. Dieses Video dreht sich nur um diese beiden Figuren. Eines über die Geschichte der Battlebeasts kommt ein anderes Mal. Warum habe ich im Titel ebenso Transformers stehen? Das hat zwei Gründe. Zum einen sind die Battlebeasts Figuren aus dem Hause Takara Tomi und Hasbro und zum anderen gehören sie ebenso ins Transformers Universum. Details folgen ein anderes Mal. Aber kurz, worum geht es in Battlebeasts? Das zeigt dieser Werbetrailer gut. Eine Anleitung gab es aber auch auf der Blister Rückseite. Aufgepasst, so geht das Spiel. Es gibt eine Legion von Figuren mit drei unterschiedlichen Kräften. Feuer brennt Holz, Holz schwimmt auf Wasser, aber Wasser löscht Feuer. Es ist ein spannendes Spiel voller Chancen und Möglichkeiten, Herr des Urdschungels zu werden. Jede Figur gibt es in dreifacher Ausgabe und unterscheidet sich nur durch das Geheimzeichen. Deine Freunde wissen nicht, mit welcher Figur du in den Kampf einsteigst. Es wird spannend. Sammle alle Sonnengladiatoren und spiele mit. Jede Figur kann Feuer, Holz oder Wasser sein. Das Spiel beginnt. Diese Grafik soll es bildlich zeigen. Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser, Wasser schlägt Feuer. Im Prinzip wie Schere, Stein, Papier. Eine wirkliche Geschichte ist diese Einleitung nicht. Die Battlebeasts, Actionfiguren aus der Welt der Fantasie, kämpfen um die Herrschaft des Urdschungels. Das Auftauchen der geheimnisvollen Sonnengladiatoren bringt jetzt zusätzliche Spannung ins Spiel. Die neuen Battlebeasts kommen mit einem Geheimzeichen auf der Brust. Wenn es mit Licht durchleuchtet wird, erkennt man die Stärke. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Cartoon und keine Comics, wodurch eben keine richtige Handlung vorlag. Und da selbst gleiche Figuren unterschiedliche Zeichen haben konnten, konnte also die gleiche Figur zur Feuer-, Wasser- oder Holzgruppe gehören. Zusammengefasst, die eigene Spielfantasie war gefragt. Meine Battlebeasts gehören zur vierten Serie von 1987 und waren die Nachfolger jener Biester mit dem Rubbelzeichen, ähnlich dem Transformers-Rubbellogos. Nun besaßen sie eine Art durchsichtige Kugel in der Brust und schaute man, wie in dieser Anleitung hindurch konnte ihr Zeichen gesehen werden. In Deutschland wurden diese Battlebeasts Sonnengladiatoren genannt, in Japan Laserbeasts und in den englischen Ländern Shadow Warriors. Letzteres war schon ein wenig ironisch, denn ohne Licht konnte nicht das Feuer-, Wasser- oder Holzzeichen gesehen werden. Nun haben wir uns schon fast die ganze Rückseite angesehen. Da können wir auch dieses klassische Artwork genauer betrachten. Zahlreiche Figuren sind toll in Szene gesetzt. Links ist auch mein Hummer zu sehen, der Adler leider nicht. Auf der Vorderseite findet sich ganz groß das Battlebeasts-Logo. Darunter steht dann Sonnengladiatoren. Ebenso gibt es ein wunderschönes Artwork mit vielen weiteren Biestern. Ein Charakter sticht darauf schonendes Auge, der Wolf, der auf einem kleinen Fahrzeug mit angebauten Schild und Kanone steht. Auch wenn die Handlungsvorgabe keinen Anführer vorsieht, wirkt er doch wie einer. Dem ist auch so, denn in Japan wurde den Battlebeasts eine Geschichte gegeben. Und auch jenen Wolf mit seinem Fahrzeug gibt es als Figur. Von diesen Battlechargers gab es ebenfalls verschiedene mit je anderem Schild-Logo. Unter dem Artwork fanden sich dann die Figuren hinter einer Plastikabdeckung. Ganz unten, leider nicht mehr zu lesen, stand noch Feuer, Holz oder Wasser. Nur das Sonnenauge wird ihre wirklichen Stärken verraten. Da ich keine deutsche Verpackung mehr gefunden habe, habe ich es aus dem Englischen übersetzt. Im Original lautet sie Fire, Wood or Water. Only the Crystal Shield will reveal their strength. Namen wurden keinem Battlebeasts mitgegeben, abgesehen von Japan. Und da jedes Biest eine Nummer unter seinem Fuß hatte, konnte man sie zuordnen. Der Hummer heißt Sariganyan und sieht echt toll aus. Für 1987 waren die Figuren sehr detailliert und durchdacht. Der Kampfanzug ähneln einem Tauchanzug. Die Bemalung ist einfach. Ein paar Punkte am Anzug und die Augen doch ausreichend. Selbst die Waffe ist mit dem Hummerschwanz auf die Figur abgestimmt. Nun aber mal durchs Sonnenauge geschaut. Wozu gehört Sariganyan? Holz ist seine Stärke. Blue Eagle ist wie ein stolzer Adler. Passend zum Namen hat er blaue Augen und Punkte ums Sonnenauge. Auch er ist wunderbar detailliert. Tolle Figur. Seine Waffe hat ein grandioses Adler-Design. Welche Stärke hat er? Hmm. Oh, Feuer! Damit gewinnt Blue Eagle. Sariganyan unterliegt. Gerne würde ich euch noch mehr Sonnengladiatoren zeigen, aber leider habe ich keine weiteren. Nur ein paar Battlebeasts der vorigen Serien. Doch die gehören in ein anderes Video. Und damit sind wir am Ende angelangt. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald und nun nochmal Bühne frei für Sariganyan und Blue Eagle. Bühne frei für Sariganyan und Blue Eagle. Untertitelung des ZDF, 2020